Mein Name ist Marian Pfannenacker, ich bin Professorin Multimedikation und Versorgungsforschung beim Institut für Allgemeinmedizin an der Fakultät Humanmedizin. Und meine Forschung bezieht sich auf Menschen, die mehrfach erkrankt sind und deswegen auch mehrere Medikamente benutze. Und im Moment schreiben wir an einem Projekt, was sich bezieht auf Kinder mit mehr chronischen Erkrankungen. Schreiben ist ein langdauerndes Prozess, ist auch nicht einfach. Und zum Schreiben, was mir vor allem wichtig ist, ist, dass man nicht gleich anfängt. Am Anfang meiner wissenschaftlichen Karriere habe ich auch mal mein erstes Manuskript geschrieben und das mein Doktorvater vorgelegt. Und der hat dann eine Woche gebraucht, ist dann zu mir zurückgekommen und hat gesagt, ja, grundsätzlich ist alles drin. Aber ich bin eigentlich doch nicht so zufrieden. Und was er gemacht hat, war bei jeder Absatz so ein oder zwei Stichworte zu schreiben, wie er verstanden hat, was meine Botschaft war, hat die dann auf einen Zettel eingetragen und gesagt, versuchen Sie bitte doch jetzt in den Reihefolgen, so wie ich die aus ihrem Manuskript geholt habe, mir eine Geschichte zu erzählen. Und dann habe ich gemerkt, die Reihefolge stimmt eigentlich überhaupt nicht. Und was ich davon gelernt habe, ist, dass es ganz wichtig ist, eigentlich am Anfang, sich erst die Geschichte und die Botschaft auszudenken, das mit Stichwörtern aufzuschreiben und erst dann anzufangen, Sätze oder Absätze zu schreiben. So eine Teamarbeit ist natürlich nicht immer einfach. Umso mehr, wenn es zum Beispiel auch manchmal Projekte betrifft, mit drei, vier Standorte, wo man am Ende vielleicht zwölf bis 15 Co-Autoren und Co-Autoren hat. Man kann das unterschiedlich organisieren. Je kleiner die Gruppe, umso einfacher ist es natürlich. Einerseits kann man sagen, ich schicke es an alle gleichzeitig raus, schreibt bitte alle rein und es kommt zurück. Und immer bleibt die Erstautorin oder der Erstautor die Hauptverantwortliche, die entscheidet letztendlich, was geht mit rein und was nicht. Es kann manchmal auch hilfreich sein, es einem nach dem anderen zuzuschicken, weil Sie können schon verstehen, wenn es von zehn Leuten zurückkommt und jeder hat sein Ding gemacht, das ist schon mal eine Riesenarbeit, das wieder alles zusammenzubringen. Und wenn es in Reihefolge geht, dann sieht auch jeder nächste Co-Autor oder Co-Autorin, was schon passiert ist, welche Kommentare gegebenenfalls reinstehen und kann auch schon darauf reagieren. Das macht es manchmal einfacher. Wenn ich daran zurückdenke, wie am Anfang die Schreibprozesse gelaufen sind, dann hätte ich eigentlich gerne schon die Leitlinie gehabt. Innerhalb des medizinischen Fachbereichs gibt es eine ganze Blumenstrauß von Leitlinien, jeder passend zu einer Art von Studiendesign, die eine Hilfen, wie und was man aufschreiben müsste, wenn man seine Forschungsergebnisse präsentiert. So für Clinical Trials gibt es eine eigene Leitlinie für Beobachtungsstudien und sicher, wenn man am Anfang ist, ist das sehr, sehr hilfreich. Nicht nur, was reingeht, aber auch, was wozu gehört, was ist Methodik, mit was fängen die Ergebnisse an und so weiter. Also die Leitlinie sind eigentlich gemeint beide für Autorinnen und Autoren, aber auch für Reviewer und habe relativ detailliert aufgelistet, dass zum Beispiel in Methodik man sein Design beschreiben muss, seine Studienpopulation beschreiben muss, die Ein- und Ausschließkriterien. Auf dieser Ebene ist das aufgelistet und kann man also relativ einfach sehen, ob man vollständig ist, ob noch Wichtiges fehlt oder gegebenenfalls auch, ob man überflüssig geschrieben hat. Wenn man seine Forschungsergebnisse beschreibt in einer Publikation, gibt es doch einige feste Regeln. Und zwar Einleitung soll immer in Präsenz geschrieben werden, Diskussion in Kombination von Präsenz und Perfekt. Aber vor allem, und da geht es häufig schief am Anfang, Methodik und Ergebnisse gehen im Präteritum. Weiter ist es so, dass bis vor einigen Jahren viele Zeitschriften eigentlich eine passive Formulierung vorgesehen haben. Jetzt wird es immer mehr auch erlaubt, das aktiv zu machen, so zu sprechen, ich habe oder wir haben. Was mir sehr gefällt, auch wenn ich als Leserin Forschungsergebnisse lese. Wenn eine Zeitschrift die Möglichkeit gibt, würde ich das sicher empfehlen. Wenn man so eine größere Autorengruppe hat, dann müssen natürlich letztendlich auch die unterschiedlichen Schreibstilen zusammenkommen. Auch das ist eigentlich Aufgabe der Erstautorin oder des Erstautors. Zusätzlich ist es so, dass im medizinischen Fachbereich ein großes Teil der Publikationen englischsprachig ist. Da haben wir natürlich noch eine extra Hürde zu nehmen, auch mit dem Stil. Was da sehr hilfreich ist bei uns im Institut für Allgemeinmedizin, haben wir einen Mitarbeiter, der native English ist und der seine einzelne Aufgabe ist, die Manuskripte, die aus dem Institut eingereicht werden, englischsprachig, alle zu korrigieren. Und damit vereinheitlicht er natürlich auch den Stil. Wenn man noch dabei ist, das Schreiben eigentlich zu lernen, obwohl man da auch sagen kann, man ist nie fertig mit Schreiben lernen. Aber am Anfang kann es wirklich schwierig sein. Und da gibt es einige Serien in Zeitschriften, die da für medizinische Fachpublikationen sehr hilfreich sein können. Eine ist eigentlich fokussiert auf Forschungsergebnismanuskripte aus dem quantitativen Bereich. Das ist eine Serie von den Herren Daniel Kotz und Jochen Kahls in Journal of Clinical Epidemiology, die auch auf Deutsch übersetzt wurde im CEFCO. Für die qualitative Forschung gibt es eine ähnliche Serie von Frau Kostens und Frau Moser in European Journal of General Practice. Und da wird jeweils, zum Beispiel gesagt, Einleitung, das soll man so und so anfangen. So kann man diese Perspektive mit reinnehmen. Und die erste genannte Serie in Journal of Clinical Epidemiology hat zehn Teile und fängt wirklich an. Wie kann man überhaupt anfangen zu schreiben mit den ganzen Absätzen? Und am Ende, das letzte Teil, wenn ich es richtig habe, geht auch darauf ein, wie gehe ich mit Reviewer-Kommentaren um, wenn ich es schon eingeschickt habe. Es kommt zurück mit der Bitte, es zu überarbeiten. Wie gehe ich damit um? Das ist wirklich ganz umfassend und hilfreich. Im Durchschnitt braucht es doch einige Wochen bis einige Monate, um einen Text zu schreiben und fertigzustellen. Und es ist immer ein schwieriger Punkt zu sagen, okay, jetzt ist es fertig oder soweit fertig, dass ich es einreiche, darf, kann. Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Strategien, wie ich damit umgehe. Erstens kommt dann natürlich wieder das Team in dem Moment, dass alle Co-Autorinnen und Co-Autoren sagen, ja, ich finde es fertig. Dann kann man, glaube ich, darauf vertrauen. Aber wenn ich dann immerhin noch das Gefühl habe, dass ich unsicher bin und ich habe die Zeit, weil die hat man nicht immer, dann lege ich es einfach eine Woche weg, lese es überhaupt nicht, nehme es dann zurück und häufig hat man dann wieder selbst auch einen frischen Blick und sagt, entweder, ja, ist gut oder sieht doch noch irgendwo Sachen, die man noch nachbessern möchte. Ja, wenn während des Prozesses des Schreibens mal die Motivation fehlt oder man nicht weiß, wie weiterzukommen, auch dann, das wird fast langweilig, glaube ich, aber auch dann ist das Team wirklich wichtig. Weil einerseits, man kann es mal weiterleiten, was man bisher geschrieben hat, oder aber auch in Teamsitzungen einfach darüber sprechen und sagen, das sind hier meine Schwierigkeiten, ich weiß in der Diskussion nicht, wie ich das interpretieren muss oder wie auch immer. Da ist vor allem das Team auch wichtig. Wenn man eine Serie schreibt, kann es auch mal helfen, zurückzulesen, was schon publiziert wurde und zu denken, ach ja, das war am Ende doch ein tolles Stück. Für Studierende ist es natürlich nicht immer so, dass die gleich in eine Team Arbeit schreiben können. Aber Studierende haben eigentlich immer eine Betreuerin oder Betreuer. Die sind natürlich häufig ganz voll besetzt. Ich finde es aber wichtig, dass die Studierenden sich auch bewusst sind, dass sie auch ein Recht auf diese Betreuung haben. Und diese Betreuung kann auch daraus bestehen, dass man sich gemeinsam einen Text anschaut, dass man seine Probleme bespricht und eigentlich die Betreuerin oder der Betreuer als ein Miniteam benutzen kann in diesem Sinne. viel 효zt och Sprach alles auf 200 meter dritt, du buchest, dieses Jahr 2008 tritt! ... ... Vielen Dank.